Kapitel 7 Wie haben Geografie und Geschichte die Weltbilder von Azteken und Spaniern geprägt? Obwohl die Azteken und die Spanier im Jahr 1500 ganz verschiedene Weltbilder hatten, waren doch beide mächtig und kontrollierten riesige Reiche. Warum werden manche Gesellschaften mächtiger als andere? Wie trägt das Weltbild zur Entstehung mächtiger Gesellschaften und Staaten bei? In diesem Kapitel wirst du untersuchen, wie sich die Weltbilder der Azteken und der Spanier aufgrund ihrer jeweiligen physischen Welt, ihrem Kontakt zu anderen und ihren Überzeugungen, Ideen und Kenntnissen entwickelt haben. Während du Kapitel 7 erarbeitest, wirst du Antworten zu folgenden Fragen finden. Wie hat die Geografie die Gesellschaften der Azteken und der Spanier beeinflusst? Wie hat die Geschichte der Azteken ihr Weltbild beeinflusst? Wie hat die Geschichte der Spanier ihr Weltbild beeinflusst? Wie hat der Kontakt mit den Mauren die Spanier beeinflusst? Wie wurden die Azteken-Kaiser zu den mächtigsten Herrschern im Tal von Mexiko? Wie wurde die spanische Monarchie so mächtig? Welche Aspekte des Weltbildes werden in Schöpfungsgeschichten reflektiert? Untersuchung zum Thema Weltbild Stell dir den ersten Kontakt zweier Gruppen von ganz verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlichen Weltbildern vor. Das geschah während des Zeitalters der Entdeckung immerzu. Heute wissen wir sogar über die entferntesten Gesellschaften Bescheid. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir noch unbekannte Gesellschaften hier auf diesem Planeten finden werden. Aber stell dir vor, wir würden einmal mit Wesen von einem anderen Planeten in Kontakt treten. Was denkst du, wie würden die Menschen auf der Erde reagieren? In vielen Science-Fiction-Geschichten reagieren die Menschen mit Gewalt, da die Wesen als gefährlich dargestellt werden. Stell dir vor, wie sie wirklich sein könnten. Wie würden wir tatsächlich reagieren? In dieser Untersuchung zum Thema Weltbild sollst du eine Simulation entwickeln, um diese Fragen zu untersuchen. In den Kapiteln 7 und 8 sollst du in einer Gruppe Informationen und Artefakte über eine imaginäre Gesellschaft von einem anderen Planeten erschaffen. In Kapitel 9 wirst du die Simulation mit der Klasse teilen und die Klasse wird entscheiden, wie man auf diese Wesen reagieren soll. Erstelle zuerst eine Sammlung von Beweisen über die Bewohner, ihr Weltbild und die Faktoren, die es geformt haben, Geografie, Ideen und Kenntnisse, sowie Kontakt zu anderen Gruppen. Erst erstelle eine Landkarte über die Heimat der Wesen von einem anderen Planeten her. Sei ausführlich, damit die geografischen Probleme und Herausforderungen dieser Gesellschaft deutlich werden. Zweiter erstelle eine Zeittafel, die die Geschichte dieser Wesen erklärt. Beschreibe, wann gewisse Ideen und Kenntnisse entwickelt wurden oder wann wichtige Kontakte zu anderen Gruppen stattgefunden haben. Dritter stelle andere Artefakte her. ZB ihre Schöpfungsgeschichte, Biografien von wichtigen Bürgern oder Zeichnungen und Bilder von wichtigen Erfindungen. Vierter benutzt einen und emp, quad, shared folder und emp, quad, auf dem Computer, um alle Seiten mit euren Simulationen zu sammeln. In diesem Kapitel wirst du lernen, wie Geografie und Geschichte der Azteken und der Spanier ihr jeweiliges Weltbild beeinflusst haben. Ihre Gesellschaften waren einander vollständig unbekannt. Stell dir vor, wie du es hier in der Untersuchung zum Thema Weltbild getan hast, welchen Einfluss es auf ihre erste Begegnung hatte. Denk darüber nach, was geschehen könnte, wenn die Menschen dieser Erdewesen von anderen Planeten begegnen würden. Welche Auswirkungen hätten unsere Weltbilder auf unser Handeln? Diese hypothetischen Überlegungen sind gar nicht so weit hergeholt. Forschungen haben ergeben, dass es im All viele Sonnensysteme mit einer Vielfalt an Leben möglich wäre. Die Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz, bei der nach Übermittlungen von Wesen auf fernen Planeten gesucht wird. Sie versuchen, die Nachrichten aus einer anderen Welt abzufangen. Die Azteken Mexiko ist ein Land großer Vielfalt. Die Geografie von Mexiko setzt sich aus Wüsten, Bergen, tropischen Regenwäldern, Weideland, reichem Farmland und Küsten im Westen und Osten zusammen. Heute grenzt Mexiko im Norden an die USA, im Osten an den Golf von Mexiko, im Südosten an das Karibische Meer, Belize und Guatemala, sowie im Süden und Westen an den Pazifischen Ozean. Die beiden größten Flüsse, der Rio Grande und der Osama Zinta fließen quer durch Mexiko, einer im Nordwesten und einer im Südosten. Kleinere Flüsse fließen hauptsächlich in den Golf von Mexiko. Der nördliche Teil besteht zum größten Teil aus Wüste. Die raue Wüste Chihuahua befindet sich im mittleren und östlichen Teil von Mexiko. Die Wüste Sonoran erstreckt sich im Norden von der Mitte bis zum Pazifischen Ozean. Nur 1.0 es gesamten Landes kann heute für den Anbau von Pflanzen genutzt werden. Die großen Bergketten befinden sich auf der zentralen Hochebene von Mexiko. Manche Berge sind 3000 Meter hoch. Das große Becken von 60 Kilometer Breite und 80 Kilometer Länge, das inmitten dieser Bergkette liegt, wird das Tal von Mexiko genannt. Die Temperaturen in diesem Tal sind nahezu immer frühlingshaft. Obwohl es so weit im Süden liegt, ist die Temperatur aufgrund der Höhenlage gemäßigt. Im Süden von Mexiko gibt es dichte Wälder und es herrscht ein tropisches Klima mit viel Regen. Entlang der karibischen und der pazifischen Küste gibt es tropische Strände. Schau dir eine Bevölkerungskarte von Mesoamerika vor Kolumbus an. Die meisten Gesellschaften, einschließlich der Azteken, lebten in dem großen zentralen Becken, dem Tal von Mexiko. Zu dieser Zeit hatte das Tal reichlich Wasser aus fünf flachen Seen, von denen einer der Texcoco-Sea war, Taichkau-Ekoe. Die Seen hatten Einfluss auf das Klima. Da sich der Texcoco auf der niedrigsten Höhe befand, sammelte sich alles Abwasser in ihm und machte ihn salzhaltig. Das bedeutete auch, dass die Erde um den See salzhaltig und deshalb für Landwirtschaft ungeeignet war. Das Tal von Mexiko wurde zum Zentrum der aztekischen Zivilisation. Die großen Städte des Reiches, die an den Seen lagen, hatten nur geringe Flächen für die Landwirtschaft. Mit dem Wachsen der Stadtbevölkerung wurden die Menschen abhängiger von Bauern in abgelegenen Gebieten, um ihre Ernährung zu sichern. Das hatte Auswirkungen auf das soziale System. Der Adel und die Elite lebten gewöhnlich in den Städten, die Menschen in den abgelegenen Gebieten waren meist Bauern und solche, die von den natürlichen Ressourcen lebten. Es gab unterschiedliche ökologische Zonen im mexikanischen Becken. Als Folge davon entwickelten die Bauern eine Vielfalt an verschiedenen landwirtschaftlichen Techniken und bauten verschiedene Nahrungsmittel in den Zonen an. Diese Vielfalt an Waren aus den verschiedenen Regionen führte zur Entwicklung eines Marktwesens, für die Verteilung der Nahrungsmittel und anderer Waren. Kanäle und Wasserstraßen wurden zu Hauptverkehrswegen. Vor Kolumbus bezieht sich auf die Zeit, bevor Kolumbus in Amerika gelandet ist. Salzhaltig, salzig, enthält Salz Die ökologische Zone, physischer Bereich mit spezifischen Klima, Böden, Höhen und anderen, die seine besonderen Pflanzen und Tiere hervorbringen. Zentrale Hochebene in Mexiko Die Gruppe, die wir Azteken nennen, nannte sich selbst Mexika, MySHEK. Das ist der Ursprung des Namens für das Land Mexiko. Die Begriffe vor Kolumbus und Amerika beschreiben Menschen und Länder aus einer europäisch-ethnologischen Sichtweise. Die Ureinwohner dieses Kontinents haben sich selbst nicht in Beziehung zu Kolumbus gesetzt oder von sich behauptet, in Amerika zu leben. Die Spanier Spanien nimmt etwa 80% der iberischen Halbinsel ein. Im Südosten grenzt Spanien an das Mittelmeer und im Westen an den Atlantischen Ozean. Die Straße von Gibraltar trennt Spanien von Afrika. Am Ende des 15. Jahrhunderts wollten die spanischen Monarchen den Reichtum und das Ansehen von Spanien durch die Entdeckung und Kolonisation neuer Länder vergrößern. Dass Spanien am Atlantischen Ozean liegt und die Spanier aus den Küstengebieten bereits lange Zeit die Meere zum Fischen und für den Handel nutzten, war ein wichtiger Faktor für diese Entscheidung. In Spanien gibt es mehrere große Bergketten. Die Pyrenäen bilden die größte Bergkette und trennen Spanien im Norden und Nordosten von Frankreich. Somit blockieren die Pyrenäen auch den leichten Zugang zum restlichen Europa. Die Hauptflüsse von Spanien fließen nach Westen in den Atlantischen Ozean oder nach Süden ins Mittelmeer. Fast alle Flüsse sind reißend und schwer zu befahren. Die zentrale Hochebene von Spanien, auch Mesata genannt, ist fast baumlos. Die Sommer sind so trocken, dass es häufig Dürren gibt. Das Gebiet ist durch unregelmäßige Gebirgszüge oder Sierras in nördliche und südliche Bereiche aufgeteilt. Zwischen den Bergketten liegen schmale Täler. Dieser zentrale Bereich ist vom übrigen Spanien und von Europa abgeschnitten. Die nördliche Küstenebene ist sehr schmal, meist nicht mehr als 30 Kilometer breit. Sie wird von Bergen durchzogen, die zum Meer hin abfallen und felsige Klippen bilden. Die besten Häfen befinden sich an der nordwestlichen Küste. Das Klima von Spanien ist im Norden regnerisch und an der Küste gemäßigt. Die Winter sind eher mild und die Sommer sind kühl mit nur geringen Temperaturschwankungen. Der südliche Teil Spaniens, der zwei Drittel des Landes ausmacht, ist sehr trocken mit nur wenig Regen. In Sevilla, Cordoba und Granada liegen die Sommertemperaturen oft bei 50 Grad Celsius. Wenn es in diesen Gebieten regnet, handelt es sich oft um kurze heftige Schauer. Der größte Teil von Spanien hat sehr wenig Niederschlag. Die meiste Zeit in der Geschichte Spaniens war das Land in individuelle Königreiche geteilt. Die Berge oder die nahezu unbefahrbaren Flüsse bildeten meist die Grenzen zwischen den Königreichen. Dieser Regionalismus hat die Geschichte und die Kultur von Spanien geprägt. Der Halbnomade, teils sesshaft und teils herumziehend. Der Anreiz, eine Motivation. Reflektiere und beantworte. Erster viele mittelamerikanische Gesellschaften, darunter auch die Azteken, siedelten sich an den Seen im Tal von Mexiko an. Überlegt gemeinsam die Vorteile, die dieser Standort für die Gesellschaften bietet. Zweiter A. Stell dir vor, wie das Leben von Halbnomaden in der rauen Wüste gewesen sein muss. Beschreibe, wie diese Menschen ihre Grundbedürfnisse für Wasser, Nahrung, Unterkunft und soziale Interaktion befriedigt haben. Welche Auswirkungen hatte das Leben in dieser Umgebung auf die Werte und Überzeugungen der Mexika? B. Wie unterscheidet sich das Weltbild der Gruppen, die in den nördlichen Wüstengebieten leben, von dem derer, die im tropischen Süden leben? Dritte Schau dir die Karten der iberischen Halbinsel auf Seite 230 an. Wie hat sich das Weltbild der Menschen, die im Jahr 1500 im Inneren von Spanien lebten, von dem derer, die an der Küste lebten, unterschieden? Erkläre deine Antwort. Vierter Im 16. Jahrhundert etablierte Spanien das größte Überseemperium von ganz Europa. Schau dir die Karte der iberischen Halbinsel an. Erkläre, warum die Lage und die Geografie von Spanien ein Anreiz zur Entdeckung war. Fünfter Auf welche Weise hat die Geografie von Alberta Auswirkungen auf unser Leben? Wie trägt die Geografie von Alberta zu unserem Weltbild bei? Wie hat die Geschichte der Azteken ihr Weltbild beeinflusst? Die lange Migration Die Azteken, die sich selbst Mexika, Mayeshareka, nannten, waren eine der vielen Gruppen, die Nahuatel, Enahavatel, sprachen. Zu diesen Gruppen gehörten auch die Kulhua-Mexika, Kulhamaesha-Eka, die Mexika und die Tenocha, Tayenohacha. Die Mexika und die Tenocha verließen das wüstenähnliche Gebiet von Nordmexiko und zogen über viele, viele Jahre südwärts. Verwandte Gruppen, wie die Comanchen und die Choschonen, wanderten nach Norden in das Flachland und in die Gebiete der Rocky Mountains, die heute zu den USA gehören. Die Herkunftsgeschichten der Azteken, Mexika, erzählen vom Verlassen ihrer Heimat, Aztlan im Jahr 1100. Aztlan war eine Inselstadt inmitten eines Sees, wahrscheinlich noch weiter nordwestlich gelegen, als die heutige Stadt Mexiko. Über 200 Jahre führten sie ein Halbnomadenleben und warteten auf ein Zeichen, das ihnen zeigte, wo sie sich ansiedeln sollten. Nach einer langen und schwierigen Migration erreichten sie schließlich das Tal von Mexiko. Während ihrer Migration folgten sie den Anordnungen ihres Schutzgottes Huizilopochtli, Vizilopochtli, der zu ihren Priestern sprach. Nach den Anweisungen von Huizilopochtli zwangen die Priester ihre Anhänger immer weiter zu ziehen. Die Azteken folgten den Anweisungen und setzten ihre schwierige Reise durch die Wüste nach Süden fort. Sie glaubten, sie seien das auserwählte Volk von Huizilopochtli, dem Gott, der sie in das Land führen würde, das vom Schicksal bestimmt war. Der Kodex – ein antikes Manuskript in Buchform Das Schicksal, alles, was angeblich vorbestimmt ist und trotz aller Bemühungen, es zu ändern oder zu verhindern, geschehen wird. Die Aussprache der Nahuatel-Wörter kann zunächst schwierig sein, da Nahuatel die Buchstaben in anderen Kombinationen und Klangmustern verwendet als die europäischen Sprachen. Ich frage mich, wie verwandt sind die Sprachen der Comanchen und der Choschonen mit dem Nahuatel der Azteken? Eine Geschichte erzählt, dass die Mexiker Aztlan verlassen mussten, weil sie ihren Hauptgott Huizilopochtli mit dem Fällen eines verbotenen Baums beleidigt hatten. Sie waren gezwungen, immer weiter zu ziehen, bis ihr Gott ihnen zeigen würde, wo sie sich ansiedeln sollten. Aztekische Zeichnung aus dem Botorini-Kodex, die einen Teil der langen Migration zeigt. Ihre Hingabe zu Huizilopochtli erzeugte oft viele Schwierigkeiten. Wenn er ihnen befahl, weiterzuziehen, taten sie das, auch wenn sie dadurch die Ernte zurückließen. Irgendwann im 12. oder 13. Jahrhundert, nachdem schon einige Generationen auf der Reise nach Süden unterwegs waren, gelangten die Azteken unter der Führung ihres Häuptlings Tenoch ins Tal von Mexiko. Das Gebiet war bereits von einer großen Anzahl von Stadtstaaten besiedelt, sodass das beste Land bereits vergeben war, als die Azteken im Tal ankamen. Die Gesellschaften der etablierten Stadtstaaten betrachteten die Azteken als barbarisches und unkultiviertes Volk. Die Folge war, dass die Azteken von einem Ort zum anderen vertrieben wurden und sich nirgends ansiedeln dürften. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts gründeten viele dieser Stadtstaaten Allianzen und bildeten Konföderationen. Zu diesen Konföderationen gehörten die unabhängigen Gesellschaften der Tepanex, Taipiahanakes, der Cholulas, Chololas und der Tlaxcalans, Tlaxcaahalans. Diese Gesellschaften kamen später in Konflikt mit den Azteken. Huizilopochtli, der Schutzgott Die Schöpfungsgeschichten über den Ursprung und die Migration der Mexiker enthalten auch Geschichten über die Geburt von Huizilopochtli, dem Hauptgott der Azteken. Die Azteken glaubten, dass er die Inkarnation der Sonne war und gegen die Mächte der Nacht ankämpfte, um die Menschen am Leben zu erhalten. In einer Geschichte bemerkt die alte Göttin Kotlikyu, Koatlequai, dass sie schwanger ist. Ihre älteste Tochter Koyolxequi, Koyol, Schafke, überredet daraufhin ihre 400 Brüder, die Mutter zu töten Der ungeborene Huizilopochtli erfuhr von dem Plot und schaffte es gerade noch rechtzeitig, voll ausgewachsen und bewaffnet aus, Kotlikus Bauch auszubrechen. Er tötete Koyolxequi und ihre Brüder. Koyolxequi stieg auf und wurde der Mond, ihre Brüder wurden die Sterne. Die Azteken glaubten, dass Huizilopochtli zur Sonne wurde, die den Mond und die Sterne jeden Tag bekämpft und überwindet, wenn sie am Himmel aufgeht. Die Inkarnation, eine Gottheit oder ein Geist, der physische Gestalt annimmt. Die Legende besagt, dass die Kulhoer, Kulwar, die mächtigste Gesellschaft im Tal, die Azteken dazu zwang, im steinigen Gebiet von Tisapan, Tisahapan, zu leben, wo es viele Giftschlangen gab. Die Kulhoer dachten, die Schlangen würden die Azteken töten. Zu ihrer Überraschung fingen die Azteken die Schlangen und brieten sie zum Essen. Ich frage mich, was haben die Kulhoer über die Azteken gedacht, nachdem diese die Giftschlangen überlebt hatten? Viele Völker haben Geschichten und Vorstellungen von der Schöpfung der Welt und dem Ursprung ihres Volkes. Ich frage mich, an welche Schöpfungsgeschichten glauben manche Kulturen im heutigen Kanada? Der Aztekengott Huizilopochtli aus dem Florentine-Kodex Das Herz fiel auf einen Stein und aus dem Herz erwuchs ein Kaktus, der jetzt so groß und schön ist, dass ein Adler dort sein Nest baut. Du kannst ihn zu jeder Stunde des Tages finden und um ihn herum siehst du viele verstreute Federn, grün, blau, rot, gelb und weiß. Und diesen Ort nenne ich Tenochtitlan. Edoardo Moctezuma, spätes 20. Jahrhundert Nachdem sie gezwungen waren, so viele Jahre lang herumzuziehen, siedelten sich die Azteken schließlich auf einer sumpfigen Insel in der Mitte des Texcocosies an. Sie wussten, dass dieses Land ihr Schicksal war, da sie einen Adler mit einer Klapperschlange im Schnabel auf einem Kaktus sitzen sahen. Es war das Zeichen, dass ihrem Anführer Tenoch von ihrem Gott Huizilopochtli vorausgesagt worden war. An diesem Ort sollte er mit seinen Leuten eine Stadt bauen und Huizilopochtli verehren. Die Gründung von Tenochtitlan Der Adler symbolisiert sowohl die Sonne als auch Huizilopochtli, die rote Frucht des Kaktus stellt die Menschenherzen dar, die geopfert worden sind. Tenochtitlan, die Stadt von Tenoch Die Stadt, die sie erbauten, wurde Tenochtitlan genannt, Tenochtitlan, die Stadt von Tenoch. Das Land, das Tenochtitlan umgab, wurde von den drei mächtigsten Gesellschaften des Teos bewohnt, den Chichimec, Chichimec, den Kulhoakan, Kulweakakan und den Tepanek. Obwohl die Azteken sesshaft wurden, gab es immer noch anhaltende Spannungen mit den Nachbarvölkern auf dem Festland. Aber trotz dieser Probleme arbeiteten sie hart, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Um diese schwierigen Zeiten zu überleben, arbeiteten viele Azteken als Söldner und Diener für ihre mächtigsten Nachbarn, die Tepanek. Sie hatten sich Geduld, Zähigkeit und andere Eigenschaften während ihrer langen Migration angeeignet und waren gefürchtete Krieger. Sie waren gelernte, fleißige Arbeiter. Sie bauten Aquädukte, um frisches Wasser in die Stadt zu bringen und verbanden die Stadt durch Dreidämme mit dem Festland. Tenochtitlan hat sich als ausgezeichneter Ort erwiesen. Die Azteken konnten auf dem Wasser reisen, um Handel mit den anderen Stadtstaaten entlang der Seen im Tal zu treiben. Um 1500 war die Stadt größer als jede Stadt in Europa. Historiker vermuten, dass 1000000 Menschen im Tal lebten, davon allein 150.000 in der Inselstadt. Der eingeschränkte Zugang zur Stadt über die Dreidämme bot Schutz vor Überfällen. Mit der Zeit absorbierten die Azteken die Sitten und Traditionen der Gesellschaften um sie herum. Ihre traditionelle Gesellschaft war geprägt von der ständigen Wanderung, aber nachdem sie sich am See Texcoco angesiedelt hatten, begannen sie, eine neue Kultur zu entwickeln. Die Basis dieser neuen Kultur war die Geschichte ihrer Migration, ihre starken religiösen Überzeugungen und das Vermächtnis von Gesellschaften, die vor ihnen geblüht hatten. Ich frage mich, welche anderen Städte der Welt nutzen Kanäle als Straßen? Archäologische Studien beweisen, dass Menschen bereits 7500 VUZ-Riesige Mammuts im Tal von Mexiko gejagt haben. Reflektiere und beantworte Bildet Gruppen und diskutiert über zwei der folgenden Fragen. Erster stell dir vor, du bist ein Teenager, Junge oder Mädchen, und reist mit den Azteken auf ihrer langen Migration. Welche Arten von Not musst du vielleicht ertragen? Denkst du, dass Menschen, die Not erlebt haben, ein anderes Weltbild haben, als solche, die ein einfaches Leben haben? Erkläre Zweiter Welche persönlichen Qualitäten mussten die Azteken entwickeln, um ihre schwierige Reise zu überleben? Dritter Huizilopochtli wird als fordernder Gott beschrieben. Warum war es für die Azteken so wichtig, einen Schutzgott zu haben? Warum glaubten sie, dass er die Rolle der Sonne übernahm und nicht die eines anderen Himmelskörpers? Vierter Warum könnte das Schicksal der Azteken anders aussehen, wenn ihr Glaube an Huizilopochtli nicht so bedingungslos gewesen wäre? Fünfter Die Azteken errichteten schließlich ein Weltreich in Mesoamerika. Wie könnte das Weltbild der Azteken dadurch beeinflusst worden sein, wie sie von anderen Gesellschaften behandelt wurden? Erkläre Wie hat die Geschichte der Spanier ihr Weltbild beeinflusst? Im Verlauf der Geschichte wurde die iberische Halbinsel immer wieder von verschiedenen Völkern eingenommen und besiedelt. Die Römer kamen zu Beginn des dritten Jahrhunderts und behielten die Macht bis ins fünfter Jahrhundert. Zum Erbe der Römer gehörte unter anderem ein christliches Glaubenssystem. Nordeuropäische Stämme wie die Ostgurten, Franken und die Westgurten etablierten sich danach in weiten Teilen Südeuropas und auf der gesamten Halbinsel. Diese Gruppen waren auch christlich und beherrschten die Halbinsel, bis die Mauern im Jahr 711 über die Straße von Gibraltar aus Nordafrika kamen. Sie beherrschten den Großteil der südlichen Halbinsel, die Al-Andalus genannt wurde. Die Reconquista Die Muslime herrschten über 700 Jahre lang in Spanien. Zu Beginn des 12. Jahrhundert wurden zuerst Cordoba und später Granada wichtige kulturelle Zentren in Europa. Muslime, Juden und Christen dürften ihren jeweiligen Glauben praktizieren. Einige nördliche Regionen leisteten der muslimischen Invasion erfolgreich Widerstand und blieben christlich. Über die Jahrhunderte wurden die christlichen Königreiche mächtiger, schafften es aber nicht, die südlichen Gebiete, die von den Muslimen kontrolliert wurden, zurückzurobern. In dieser Zeit befolgten die meisten Europäer eine einzige Religion, das Christentum. Muslime und Juden waren in vielen europäischen Ländern nicht akzeptiert, da sie nicht christlich waren. Die Bewegung zur Befreiung der iberischen Insel aus der Hand der Muslime wurde von den Spaniern Reconquista genannt. Die Reconquista begann unter der Führung des Herrschers aus dem Königreich Kastilien, der im Jahre 1085 die muslimische Stadt Toledo einnahm. Während des 12. Jahrhundert schlossen sich die Herrscher von Aragon und Katalonien zusammen, um die Muslime zu bekämpfen. Im 13. Jahrhundert erklärte der Papst seine Unterstützung zu diesem Kreuzzug und Kastilien eroberte die Städte Cordoba und Kadiz. Die Muslime kontrollierten jetzt nur noch das kleine Königreich von Granada in Südspanien. Granada wurde 1492 durch die Konquistadoren von König Ferdinand V. und Königin Isabella I. eingenommen. Damit war die Herrschaft der Mauren in Spanien beendet. Diese Kriege zwischen den Mauren und den spanischen Königreichen fanden in unterschiedlichen Abständen über einen Zeitraum von 700 Jahren statt. Viele Christen sahen es als ihre Pflicht, das Wort Gottes zu verbreiten und Nichtgläubige zum römisch-katholischen Glauben zu bekehren. Die spanischen Konquistadoren führten diese Tradition fort, indem sie von sich behaupteten, für Gott und Vaterland zu kämpfen. Sie kämpften also aus religiösem und nationalistischem Anlass. Obwohl die Muslime vertrieben waren, gab es auf der iberischen Halbinsel weiterhin viele getrennte Königreiche mit regionalen Loyalitäten. Die beiden größten Königreiche von Aragon und Kastilien wurden im Jahre 1479 durch die Hochzeit von Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien vereint. Zu diesem Zeitpunkt war Spanien noch keine Nation, wie wir es heute kennen, sondern bestand aus verschiedenen Königreichen, die unter die Autorität der Monarchie gebracht wurden. Der Konquistador, jemand, der erobert, insbesondere ein Anführer in der spanischen Eroberung von Amerika und von Mexiko und Peru im 16. Jahrhundert. Schwert und Rüstung eines Konquistadors, gehörte König Charles V. Das Foto zeigt auch einen Brief von Cortes an den König. Die spanische Inquisition In dieser Zeit waren die Bürger in ganz Europa nur dann loyale Untertanen, wenn sie den gleichen Glauben praktizierten wie ihre Herrscher. Nach der Reconquista galt der römisch-katholische Glaube als einzig wahrer Glaube in Spanien. Ferdinand und Isabella nutzten das zu ihrem Vorteil, zumal vor allem Isabella davon überzeugt war, dass das Land nur dann geeint werden konnte, wenn alle einer Religion folgten. Für Ferdinand bedeuteten die Kämpfe um die Religion eine Möglichkeit, die Menschen zu kontrollieren. 1492 setzten die beiden römisch-katholischen Monarchen die spanische Inquisition wieder ein. Die Inquisition war sowohl ein ziviles als auch ein religiöses Gericht. Ursprünglich war das Gericht eingerichtet worden, um darüber zu entscheiden, ob die Juden und Muslime, die zum römisch-katholischen Glauben übergetreten waren, auch wahre Katholiken waren. Aber schon bald richtete es über alle Bürger, die angeklagt wurden, nicht dem römisch-katholischen Glauben zu folgen. Wenn das Gericht eine Person für schuldig erklärt hatte, konnte die Strafe Kerker, Folter oder Tod bedeuten. Wenn eine Person beschuldigt wurde, ihre Schuld aber nicht bewiesen werden konnte, wurde ihr Eigentum beschlagnahmt und die Person dürfte kein öffentliches Amt ausüben. Schließlich wurden alle Juden und Muslime aus Spanien vertrieben, obwohl viele von ihnen zum römisch-katholischen Glauben übergetreten waren und ihre Familien schon seit 700 Jahren in Spanien lebten. Die Spanische Inquisition bestand offiziell bis 1834. Das Verlangen nach Erforschung Die Reconquista fand in einer Zeit statt, in der die Westeuropäer von besseren Wirtschaftssituationen, neuen Technologien und stabileren Regierungseinrichtungen profitierten. Spanien wurde von einer starken Monarchie beherrscht. Ferdinand und Isabella waren kompetente Herrscher, die die Macht von Spanien ausbauten. Die Spanier entwickelten einen starken Drang zur Erforschung neuer, unentdeckter Länder, da die Wege um Afrika Richtung Osten bereits von anderen Ländern erforscht worden waren. Sie konzentrierten sich auf zwei Richtungen für die Expansion, in Richtung des westlichen Mittelmeers und nach Westen über den Atlantik. 1492 segelte Christoph Kolumbus nach Westen über den Atlantik und ging in der Karibik an Land und beanspruchte es für Spanien. Die Spanier waren davon überzeugt, dass der Konquistador den idealen Mann verkörperte, er war ein engagierter Katholik, ein starker und tapferer Soldat und ein stolzer Spanier. Dieser idealisierte Konquistador war dem Mittelalter Lichenritter ähnlich. Mit der protestantischen Reformation begannen viele Menschen zu erkennen, dass man ein loyaler Bürger sein kann, auch wenn man nicht den gleichen Glauben mit seinem Herrscher teilt. Für den Aufbau des Reiches hatte die spanische Monarchie religiöse, wirtschaftliche und politische Beweggründe. Die Monarchie war der Meinung, dass das Reich Spanien wirtschaftlich dienen müsste. Deshalb behandelten Ferdinand und Isabella alle neun Ländern, wie sie auch die wiedereroberten iberischen Königreiche während der Reconquista behandelt hatten, sie sahen alle Schätze und waren aus dem Reich als rechtmäßiges Eigentum von Spanien an. Sie entsandten auch Missionare in diese Länder, um den Glauben und die Bräuche der römisch-katholischen Kirche zu verbreiten. Als die Konquistadoren den Gesellschaften der neuen Welt begegneten, handelten sie weiter nach der Idee, Gott und dem Vaterland zu dienen. Der spanische Ethnozentrismus führte dazu, dass sie ihre Kultur und ihren Glauben allen anderen als überliegen ansahen und deshalb andere Kulturen und Religionen als minderwertig betrachteten. Mit dieser Einstellung rechtfertigten sie die harte Behandlung der Menschen, die sie erobert hatten und die Gewalt, mit der sie diese zum Katholizismus bekehrten. Der Wandteppich zeigt ein Treffen von Kolumbus mit Ferdinand und Isabella. Durch die Hochzeit im Jahr 1479 wurden die beiden Königreiche Aragon und Kastilien in Europa als vereint angesehen. In Wahrheit legten Ferdinand und Isabella nur den Grundstein für ein vereintes Spanien. Auch während ihrer Herrschaft hatten die beiden Regionen eigene Parlamente und Gesetze und blieben unabhängig voneinander. Erst 1715 wurde eine gemeinsame Verfassung eingeführt, die sie formal miteinander verbannt. Reflektiere und beantworte Erster erkläre, warum das Weltbild der Spanier anders als das der anderen europäischen Königshäuser gewesen sein könnte. Bedenke dabei die spanische Geografie und Geschichte. Zweiter Wie könnten die Kriege zur Vereinigung des Landes das spanische Weltbild beeinflusst haben? Dritter Viele Juden und Muslime traten äußerlich zum römisch-katholischen Glauben über, praktizierten aber privat weiter ihren eigenen Glauben. Was waren die Gründe für diese äußerliche Bekehrung? Wie reflektierte die erzwungene Bekehrung das spanische Weltbild dieser Zeit? Vierter Was sagt das Verlangen nach neun Ländern über das spanische Weltbild aus? Fokus auf Forschung Wie hat die Geografie das Weltbild der Azteken vor Kolumbus beeinflusst? Mesoamerika, 1519, bezieht sich auf eine geografische Region, in der viele Kulturen gemeinsame Merkmale wie Religion, Kleidung, Handel, Landwirtschaft, Lebensstil und Technologien hatten. Es ist der Bereich zwischen Nord- und Südamerika, besonders die Regionen des heutigen Mexiko und Zentralamerikas. Die Geschichte lehrt uns Eine der Bergketten, die Sierra Madres, hatte reiche Vorkommen an Gold und Silber. Die großen, miteinander verbundenen Seen erstreckten sich über die gesamte Länge des Teos und boten eine zuverlässige Quelle an Wasser und ein schnelles und effizientes Verkehrssystem. Alle diese Merkmale waren Teil der Geografie dieses Gebietes. Innerhalb von 100 Jahren nach ihrer Ankunft im Tal wurden die Azteken zur wohlhabendsten Gemeinschaft im Tal. Sie bildeten Allianzen mit anderen starken Stadtstaaten und innerhalb von 200 Jahren nach ihrer Ankunft im Tal kontrollierten sie den größten Teil von Mesoamerika vom Pazifik bis in die Karibik. Tenochtitlan wurde auf einer Insel im Texcoco Sea, einem der beiden Salzwasserseen, erbaut. Die anderen Seen im Tal waren Süßwasserseen. Warum war es für die Menschen im Tal nützlich, beide Arten von Seen zu haben? Setze deine Fähigkeiten ein Bei dieser Aktivität wirst du Fertigkeiten für die Verarbeitungsphase des Modells anwenden. Du wirst eine topografische Karte des Tals von Mexiko um 1500 erstellen und benutzen, um zu erklären, wie die Geografie das Weltbild der Azteken beeinflusst hat. Wie hat die Geografie das Weltbild der Azteken vor Kolumbus beeinflusst? Verarbeitungsphase Schritt 1 Wähle relevante Informationen und stelle eine Karte her. Benutze historische Atlanten, deinen Text, andere Ressourcen aus der Schulbücherei und den Umriss einer Karte von Mesoamerika. Zeichne die topografischen Eigenschaften des Tals von Mexiko vor Kolumbus. Beschrifte große Städte, Seen, Vulkane und Bergketten. Benutze Symbole, die Farmland. Waldgebiete, Dämme, Aquädukte sowie die Gold- und Silberminen der Sierra Madres beschreiben. Zeichne andere interessante Eigenschaften, wie Terrassen und Deiche ein. Schritt 2 Stelle Verbindungen und Folgerungen hier. Deine Karte und andere Ressourcen zeigen, dass die Azteken in einem dicht besiedelten Gebiet mit gutem Farmland, vielen Naturschätzen, Süß- und Salzwasser, Wasserstraßen für den Transport, Brennstoff zum Kochen, Heizen und für Beleuchtung, einem milden Klima, viel Fisch und Wild, sowie reichlicher und abwechslungsreicher Nahrung und Gewürze lebten. Wiederholt als Klasse, was ihr bereits aus anderen Fallstudien zum Thema Weltbild gelernt habt. Brenn sturmt dann darüber, welchen Einfluss die Geografie auf die drei Elemente des aztekischen Weltbildes im 16. Jahrhundert hatte. Schritt 3 Teile dein Verständnis Erkläre einem Partner oder einer Gruppe anhand deiner Karte, welchen Einfluss die Geografie auf das Weltbild der Azteken hatte. Phase des Reflektierens und Bewertens Als Einzelarbeit, denk darüber nach, was du über die Verarbeitungsphase des Forschungsprozesses gelernt hast. Welche Aktivitäten werden in der Verarbeitungsphase durchgeführt? Welche Teile dieser Forschungsarbeit fandest du besonders schwierig, frustrierend? Welche geografische Eigenschaft hatte deiner Meinung nach die größte Auswirkung auf das Weltbild der Azteken? Wie hat der Kontakt zu den Mauren die Spanier beeinflusst? Fast 700 Jahre lang erstreckte sich das Islamische Weltreich über Asien, Nordafrika und Teile der iberischen Halbinsel. Es hatte jedoch nie Kontrolle über den Rest von Westeuropa. Mit der Eroberung einiger Gebiete der iberischen Halbinsel importierten die Mauern auch ihre islamische Kultur. Im Mittelalter galt die Stadt Cordoba, im Süden von Spanien, als ein wichtiges Zentrum des Lernens und der Kunst. Die Bücherei von Cordoba besaß über 600.000 Manuskripte. Der Historiker James Kloige erklärt die Bedeutung von Cordoba in seinem Buch Spanien in der modernen Welt. Es gab in dieser Epoche nichts Vergleichbares in ganz Europa. Die besten Köpfe auf diesem Kontinent orientierten sich an Spanien über alles, was einen Menschen am deutlichsten von einem Tiger unterscheidet. Das Erbe der Muslime hatte Einfluss auf die spanische Bildung, die Architektur und das Design. Die Muslime hatten prächtige architektonische Stile, exquisite Mosaiken und Teppiche entwickelt. Da der Islam die bildliche Darstellung von Menschen und Tieren in der Kunst verbot, wurden vor allem geometrische Formen in den Skulpturen und in der Kunst verwendet. Muslimische und jüdische Gelehrte waren an der Wiederbelebung der Studien der antiken griechischen und römischen Kultur und Philosophie beteiligt. Das Erbe hinterließ folgendes. Wichtige Schulen für Astronomie, Mathematik und Architektur Leuchtende Manuskripte und Wandmalereien aus dem 9. und 10. Jahrhundert, die den starken Einfluss des islamischen und byzantinischen künstlerischen Stils zeigen, der auch Muzarabisch genannt wird. Muzarabisch gilt als erste, echte spanische Nationalkunst. Avarus, auch eben rasch genannt, 1126 bis 1198, aus Cordoba galt bei den Europäern des Mittelalters als der größte Lehrer der muslimischen Welt. Er war Doktor der Medizin, Philosoph und Rechtsgelehrter. Er wurde zum obersten Richter von Cordoba ernannt und war der Leibarzt der muslimischen Herrscher. Er ist bekannt für seine Kommentare zu den Werken von Aristoteles. Moses Maimonides, 1135 bis 1204, war ein jüdischer Philosoph, Arzt und Rechtsgelehrter. Er gilt als der größte Intellektuelle im Judentum des Mittelalters. Seine Beiträge zu Religion, Medizin und Philosophie werden sehr geschätzt. Maimonides schrieb Arabisch und Hebräisch. Über 4000 spanische Wörter stammen aus der arabischen Sprache. Die Epoche, ein Zeitraum in der Geschichte, der von bemerkenswerten Ereignissen geprägt ist. Großartige Büchereien mit Büchern über Architektur, Astrologie, Astronomie, Pharmazie, Psychologie, Zoologie, Botanik, Optik, Chemie, Physik, Mathematik, Navigation und Geschichte. Eine große Sammlung klassischer Dokumente, besonders Werke von antiken Philosophen wie Aristoteles. Diese antiken Werke wurden zuerst aus dem Griechischen ins Arabische und später ins Lateinische übersetzt. Diese Bücher verdeutlichten die griechische Überzeugung vom Infragestellen und von der Logik, also Ideen, die später von den europäischen Humanisten übernommen wurden. In dieser Zeit übersetzten viele jüdische Gelehrte wichtige Werke aus dem Arabischen ins Hebräische. Wunderschöne Gebäude mit Innenhöfen, in denen Springbrunnen und dekorative Fliesen zu finden waren. Prächtige Paläste und Moscheen wurden in den Städten gebaut. Die große Moschee von Cordoba ist eine der berühmtesten maurischen Bauten. Reflektiere und beantworte Erster Wie hat das maurische Erbe das spanische Weltbild beeinflusst, sodass Erforschung vorangetrieben wurde und Spanien zum imperialistischen Staat wurde? Zweiter Glaubst du, dass die Vertreibung der Juden und Muslime Spanien in irgendeiner Weise geschadet hat? Wie hat der Kontakt zu anderen meso-amerikanischen Gesellschaften die Azteken beeinflusst? Jede mesoamerikanische Gesellschaft hatte ihre eigenen einzigartigen Bräuche und Traditionen. Es bestanden aber auch jede Menge Ähnlichkeiten, da alle Gesellschaften die Ideen und Überzeugungen von alten mesoamerikanischen Zivilisationen, die lange vor ihnen existiert hatten, übernommen haben. In Mesoamerika hatten die Kulturen der Vergangenheit großen Einfluss auf die nachfolgenden Gesellschaften. Frühere Gesellschaften in Mesoamerika Die drei größten früheren Zivilisationen im Tal von Mexiko waren die Olmec, OHL-Meg, 1200 bis 400 VUZ, die Teotihuacan, Taiotevac, Ahn, deren Höhepunkt von 150 bis 450 datiert wird und die Toltec, Toltec, 900 bis 1150. Die Olmec Die Olmec gelten als die Gründergesellschaft oder Mutterkultur aller mesoamerikanischen Zivilisationen. Sie lebten im Tiefland nahe des Golfes von Mexiko in dem südlich-zentralen Teil von Mexiko, der heute als Verakruz bekannt ist. San Lorenzo ist das älteste bekannte Zentrum der Olmec. Sie gelten als die größten Bildhauer der frühen Meso-amerikanischen Gesellschaften. Ihre auffälligsten Skulpturen sind die riesigen Köpfe. Die Olmec hatte mehrere Götter, darunter einen Feuergott, einen Regengott, einen Getreidegott und die gefiederte Schlange. Die Sonnenpyramide in der Stadt Teotihuacan war mit 232 Quadratmetern und 79,5 Metern Höhe die größte Struktur in der westlichen Hemisphäre, bis 1966 ein Gebäude für das Weltraumprogramm beim Kennedy Space Center fertiggestellt wurde. Die Teotihuacan Das Wort Teotihuacan bezieht sich auf eine alte Zivilisation und seinen Alte Petel, wo die mysteriösen Leute wohnten. Der Alte Petel lag etwa 40 Kilometer nordöstlich der heutigen Stadt Mexiko. Die Azteken waren von den Ruinen der Teotihuacan so beeindruckt, dass sie glaubten, dies sei ein heiliger Ort, wo Sonne, Mond und Universum erschaffen worden waren. Der Name bedeutete und Emp, Quod, Stadt der Götter und Emp, Quod. Beim Bau ihrer Stadt Tenochtitlan kopierten die Azteken die Art, wie Teotihuacan errichtet worden war. Sie teilten ihre Stadt in vier Viertel, die von zwei großen Alleen getrennt wurden, die einander im rechten Winkel kreuzten. Außerdem bauten sie die Tempel im Zentrum der Stadt. Im Zentrum der Stadt Teotihuacan befand sich der Tempel für den Gott Quetzalkoate, Quetzalkoha-Atl. Die Toltec Die Hauptstadt der Toltec hieß Tula, Teola und lag ungefähr 100 Kilometer nordwestlich der heutigen Stadt Mexiko. Die Gemeinschaft der Toltec hatte den größten Einfluss auf die Kultur der Azteken. Die Azteken waren davon überzeugt, dass die Toltec-Meister in der Schaffung einer edlen Zivilisation waren. Die Azteken haben viele Gedichte und Geschichten über die Toltec verfasst. Der alte Pete, ein Meso-amerikanischer Stadtstaat Das Vermächtnis der alten Zivilisationen und der Kontakt zu anderen Gesellschaften während ihrer Migration beeinflussten die religiösen Überzeugungen und Praktiken, die Sozialstruktur, die Architektur und die Kunst der Azteken. Jedes Mal, wenn sie bei neuen Völkern lebten, übernahmen sie vieles von deren Bräuchen und Überzeugungen. Außerdem lernten sie neue Fähigkeiten, die ihnen beim Überleben auf ihrer langen Reise halfen. Später halfen ihnen diese Fähigkeiten, eine neue Stadt und eine neue Gesellschaft in Tenochtitlan zu errichten. Als sich die Mexiker schließlich niederließen, hatten sie neue Verhaltensweisen und Einstellungen gelernt und modelliert, sodass sie sich den Respekt ihrer Nachbarn verschaffen konnten. Manche Historiker vermuten, dass die Azteken alle Dokumente über ihr Leben vor der Zeit in Tenochtitlan vernichtet haben, um sich als direkte Nachkommen alter Zivilisationen, wie den Toltec, neu zu erfinden. Der Einfluss anderer mesoamerikanischer Gesellschaften auf die Kultur der Azteken. Religiöse Überzeugungen und Praktiken. Der Glaube, dass Gott verschiedene Gestalten annehmen kann, Z.B. Jaguar, eine irdische Muttergöttin, oder Schlange, ein Wassergott. Der Glaube an viele Götter, wie Quetzalkoate, der sanfte, gefiederte Schlangengott, Tezkatlipoka, Taikatlipiohaka, rauchender Spiegel, der eine kriegerische Natur hatte, und der Regengott Tlaluk, Tla-Luk. Religiöse Praktiken, die sich auf saisonale Zyklen beziehen und die Astronomie und den Kalender betonen. Der Glaube, dass Menschenopfer notwendig waren, um die Götter mit menschlichen Herzen und Blut zu versorgen. Sozialstruktur Eine hierarchische Gesellschaft mit Adel, Priestern und Bürgern Eine Regierung mit starker Zentralgewalt Der Gebrauch militaristischer Praktiken, um ein Weltreich zu errichten Architektur und Kunst Riesige pyramidenartige Tempel zur Ehren der Götter Schöne Wandmalereien, große Skulpturen und Denkmäler von Menschen und Tieren nach religiösen Motiven Die Kunst der feinen Schmuckherstellung, Keramik, Mosaiken, Metallarbeiten und Federarbeiten Reflektiere und beantworte Erster diskutiere mit einem Partner, ob die Azteken als eine definierte Gesellschaft gelten können, wenn ihre Kultur größtenteils auf Kenntnissen und Ideen älterer Zivilisationen beruht. Zweiter Die Azteken profitierten vom Vermächtnis der frühen mesoamerikanischen Gesellschaften Welches Vermächtnis haben die Kanadier von den frühen nordamerikanischen First Nations, Metis und Inuit, sowie von französischen und englischen Entdeckern und Siedlern erhalten? Denk an Dinge wie Sport, Lebensmittel und Architektur Dritter Die Azteken orientierten sich an den Toltec Welche Personen oder Gruppen würdest du als Vorbilder wählen? Warum? Wie beeinflussen Vorbilder unser Weltbild? Einfluss Die Toltec Die Toltec waren eine kriegerische Gesellschaft, die vom 10. bis zum 12. Jahrhundert den größten Teil von Zentral-Mexiko beherrschte. Ihre Hauptstadt war Tula und lag in der heutigen Region Hidalgo. Cholula gilt als Städte der Toltec. Sie sprachen Nahuatel, die gleiche Sprache wie die Azteken. Sie waren hochentwickelte Steinmetzer, Baumeister und wunderbare Handwerker. Ihr Schutzgott war Quetzalcoatl. Zu den Zeremonien der Toltec gehörten die Verehrung der Sonne und Menschenopfer. Es wird vermutet, dass sie um das Jahr 900 die Stadt Teotihuacan angriffen und niederbrannten. Die Azteken nahmen den verlassenen Stadtstaat von Tula, ein städtisches Zentrum der Toltec, als architektonisches Vorbild für ihre Hauptstadt Tenochtitlan. Sie übernahmen die Architektur und skulpturale Eigenschaften aus Tula. Sie wollten so sehr wie die Toltec sein, dass sie sogar die zeremoniellen Zentren von Tula plünderten und die gestohlenen Skulpturen in ihren eigenen Tempeln aufstellten. Sie glaubten, dass Quetzalcoatl, der Schutzgott der Toltec, seinem Volk Wissen und Weisheit gegeben hatte, sodass die Toltec sehr erfahren und klug waren. Sie schrieben den Toltec die Erfindung von Medizin und Bilderschrift zu. Das Wort Tolteca wurde zum Synonym für Handwerker, da die Toltec so schöne Kunstwerke, darunter feine Federarbeiten und Mosaiken geschaffen hatten. Auch die militärischen Orden der Azteken, die Coyoten, die Jaguare und die Adler entstanden nach dem Vorbild der Toltec. Der Aufstieg der Toltec ergab sich aus dem Anstieg des Militarismus in Meso, Amerika. Die Toltec waren wirklich weise, sie sprachen aus dem Herzen. Codes Matritense de la Real Academia Die Toltec, das Volk von Quetzalcoatl, waren sehr geschickt. Nichts war für sie schwierig. Sie schnitten Edelsteine zu, schmiedeten Gold und stellten herrliche Kunstwerke und prächtige Ornamente aus Federn her. Wahrlich sie waren geschickt. Manuskript von 1558 Im 13. Jahrhundert zerfiel die Gesellschaft der Toltec. Es wird vermutet, dass Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen der Gesellschaft dafür verantwortlich waren. Der Militarismus Die Tendenz, Überzeugung oder Politik, dass ein Land eine starke militärische Macht besitzen muss und die Bereitschaft, diese zu benutzen, um die nationalen Interessen voranzubringen. Der Gott Quetzalcoatl war bei vielen Meso-amerikanischen Gesellschaften verbreitet. Er war als gefiederte Schlange bekannt und der Gott des Windes, des Feuers, der Fruchtbarkeit, der Weisheit und des praktischen Wissens. Die Überreste eines Tempels in Tula, dem Zentrum der Toltec. Kurzbiografie Itzkotel Nach ihrer Ankunft im Tal von Mexiko lebten die Azteken zuerst gemeinsam mit den Tepanek auf dem See Chapultepec, Chapulteay-Pake. Die Azteken waren bei den Tepanek recht angesehen, da sie sich als Söldner und Arbeiter bei ihnen verdienten. Allerdings wollte der Herrscher der Tepanek immer mehr Macht haben, was zu Spannungen in der Beziehung der beiden Gesellschaften führte. 1428 ernannten die Azteken Itzkotel, Itzkohatel, zu ihrem neuen Führer, R1428 bis 1440. Er wollte die Vorherrschaft der Tepanek beenden und machte sich sofort daran, Koalitionen mit den anderen Gesellschaften am See zu bilden. Gemeinsam besiegten sie die Tepanek. Itzkotel überzeugte die Herrscher der beiden benachbarten Stadtstaaten, Texcoco und Tlacopan, davon, mit ihm in einer Dreierallianz die Herrschaft über das Tal zu übernehmen. Mit ihren Feldzügen brachten sie schließlich die meisten Stadtstaaten im Tal von Mexiko unter ihre Kontrolle. Itzkotel wurde zum fähigsten Führer der Allianz. Er verstand die Bedeutung von positiven Beziehungen zu seinen Verbündeten. Er verordnete, dass besiegte Gesellschaften Tribut in Form von Waren oder Arbeit zahlen mussten. Die Waren aus dem Tribut der eroberten Völker wurden dann unter den Mitgliedern der Allianz aufgeteilt. Da sich die eroberten Gebiete von den Bergen bis zur Küste und vom kühlen Klima im Norden bis zur tropischen Hitze im Süden erstreckten, konnten die Herrscher der Azteken auf die ständige Zufuhr einer Vielzahl von Lebensmitteln und Gütern bauen. Wegen seiner Politik wurde der arztekische Kaiser Itzkotel von den beiden anderen Führern der Allianz als Herrscher des Reiches angesehen. Für sein eigenes Volk führte Itzkotel ein hierarchisches soziales System ein, das unterschiedliche soziale Schichten hatte. Er verbesserte das Militär, indem er eine Elite-Truppe von Kämpfern aus dem Adel aufbaute. Jeder Krieger, der Gefangene von einer Schlacht zurückbrachte, erhielt besondere Ehren. Itzkotel war der erste von sechs Kaisern der Azteken. Er war klug und intelligent und gilt in den Geschichten der Azteken als und Emp, Quod, Gründer des Reiches und Emp, Quod. Der Tribut, Geld und Güter, die laufend gefordert werden Die Daten von Herrschern beziehen sich oft auf die Zeit ihrer Herrschaft und werden mit einem R abgekürzt. Itzkotel, er 1428 bis 1440, bedeutet also, dass Itzkotel zwölf Jahre lang von 1428 bis 1440 regiert hat. Kaiser Itzkol, ein Jaguar, Krieger, gründete das Aztekenreich. Wie wurden die Azteken-Kaiser zu den mächtigsten Herrschern im Tal von Mexiko? Während die Spanier um die Einheit ihrer Königreiche kämpften, errichteten die Azteken ein Weltreich. Als die Spanier zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Mesoamerika ankamen, gab es dort nur noch wenige unabhängige Gebiete, die nicht von den Azteken kontrolliert wurden. Der Aztekische Aufstieg zur Macht Gesellschaften, die eine direkte Verbindung zu den früheren Zivilisationen der Toltec behaupten konnten, waren sehr angesehen und hatten die größte Macht im Tal von Mexiko. Obwohl die Azteken sehr geschickt im Umgang mit ihren Nachbarn waren, wussten sie, dass sie niemals ganz respektiert werden würden, wenn die anderen mesoamerikanischen Gesellschaften nicht davon überzeugt werden konnten, dass die Azteken edle Nachkommen der Toltec waren. Die Azteken-Kaiser erhöhten ihre Macht, indem sie Allianzen mit anderen mächtigen Herrschern eingingen. Dies geschah oft durch arrangierte Ehen, einer gängigen Praxis, wie sie auch von europäischen Herrschern ausgeübt wurde. 1376 wurde Akamapichtli, Azamele Amperestunden Pichtli, der Sohn eines aztekischen Adligen und einer Prinzessin der Kulhoa, der Herrscher der Azteken. Die Tatsache, dass Akamapichtlis Mutter eine Kulhoa war, bedeutete den Azteken sehr viel, da die Kulhoa als direkte Nachfahren der Toltec galten. Um die Verbindung der Azteken zu den Toltec noch zu verstärken, nahm Akamapichtli ebenfalls eine königliche Tochter der Kulhoa zur Frau. Von diesem Zeitpunkt an konnten alle Azteken-Kaiser von sich behaupten, direkte Nachfahren der Toltec zu sein. In den folgenden 50 Jahren erlangten die Azteken Macht und Ansehen im Tal. Im Jahr 1428 formte der Aztekenherrscher Itzkodl eine Dreierallianz zwischen den Stadtstaaten Texcoco, Placapen und Tenochtitlan, um die feindlichen Tepanek zu bekämpfen. Mit der Zeit wurden die Azteken zum mächtigsten Partner dieser Dreierallianz. Innerhalb von vier Jahren war der Großteil der Region vom Pazifik bis zum Golf von Mexiko unter der Kontrolle der Allianz. Davon ausgenommen waren nur das mächtige Tlaxcalan im Südosten von Tenochtitlan und einige Gebiete im Süden. 1465 waren alle Gebiete außer Tlaxcalan erobert. Die Republik Tlaxcalan bestand aus einer Föderation der Tlaxcala, der Hyksuzinko, Visezenko und der Cholula. Die Azteken lebten im ständigen Konflikt mit der Republik Tlaxcalan. Die Herrschaft der Aztekenführer von Akama-Pichtli bis Kuautemok Eine Handvoll Schilf Kolibriefeter Rauchener Schild Wassergesicht Obsidianschlange Böser Herr, der in den Himmel schießt Tochter Sohn Kalkbein Wasserbestie Niedergehender Adler Böser Herr Ehrt den Jungen Herr von Kuidlawak Akama-Pichtli war der Sohn eines aztekischen Adligen und einer Prinzessin der Kulhoa. Da die Kulhoa Nachfahren der Toltec waren, konnten die Azteken jetzt beanspruchen, ebenfalls Nachfahren der Toltec zu sein. Akama-Pichtli gründete die Dynastie der aztekischen Hütlatoani, Vetlata-Ahani, große Redner, die das Aztekenreich regierten. Die Spanier benutzten das Wort Kaiser, um die Führer der Azteken zu beschreiben. Das Amt des Hütlatoani verblieb in der königlichen Familie, die von Akama-Pichtli gegründet worden war, und wurde von Vater zu Sohn oder Bruder zu Bruder oder Großvater zu Enkel weitergegeben, je nachdem, wer die meiste Güte zeigte. Die Eroberung neuer Gesellschaften Das Leben der Azteken war geprägt von einer Kriegskultur. Schlachten wurden aus zweierlei Gründen geführt. Der Gegner sollte ehrenhaft besiegt werden und dann dem Reich Tribut und Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Die besiegten Soldaten sollten Menschenopfer für den Gott Huizilopochtli werden. Die Azteken entwickelten eine erfolgreiche militärische Strategie. Sie eroberten zuerst die schwächeren Gesellschaften, die in der Nähe einer stärkeren und mehr herausfordernden Gesellschaft lebten. Dann griffen sie das isolierte alte Petel an. Nachdem die Azteken einen Stadtstaat erobert hatten, stürmten sie die Tempel, nahmen Gefangene und verlangten Tribut. Sie stellten Statuen ihres Gottes Huizilopochtli neben den lokalen Göttern in den Tempeln auf und zwangen die Menschen des eroberten alte Petel dazu, den Aztekengott genau wie die lokalen Götter zu verehren. Überraschenderweise ließen die Azteken aber keine Garnison zurück, um die Befehle des Kaisers durchzusetzen. Wurden die Befehle nicht ausgeführt, so sandte der Kaiser seine kaiserlichen Truppen, die jeden Widerstand brutal niederschlugen. Er befahl den Truppen der benachbarten alte Petel oft, sich den kaiserlichen Truppen anzuschließen. Die Garnison, die Truppen, die einem militärischen Stützpunkt zugeteilt werden. Ich frage mich, hat die Taktik, benachbarte Gesellschaften dazu zu zwingen, neben den Azteken zu kämpfen, die Bildung neuer Allianzen, die die Azteken herausfordern könnten, verhindert? Aus dem Florentine-Kodex Oben, Darstellungen von Adlerrittern und Jaguarrittern, den Hauptabteilungen der aztekischen Krieger Unten, ein Ritual zu Ehren des Sonnengottes Die Bestrafung eines alte Petels Das Volk der Oztoman, Osteohaman, weigerte sich, Tributabgaben an die Azteken zu zahlen. Beim darauf folgenden Angriff durchbrach die Armee ihre Befestigungsanlagen, brannte die Tempel nieder und tötete alle Menschen, außer den Kindern. Später sandten sie Abgesandte nach Alahuiztlan, Alahuiztlan, und forderten Tribut. Die Stadt weigerte sich jedoch, sodass die Azteken auch diese Stadt angriffen und zerstörten. Alle Erwachsenen von Alahuiztlan und Oztoman wurden getötet und über 40.000 Kinder wurden gefangen und auf den Rest des Reiches verteilt. Diese Kampagne sollte den Gehorsam fördern, indem sie zeigte, dass das Schicksal der eroberten Städte teilweise in den Händen der Besiegten selbst lag. Diejenigen, die kooperierten, wurden besser behandelt als diejenigen, die sich weigerten. Diese Beschreibung stellt eine Perspektive dar. Ich frage mich, wie hätten die Azteken die Information präsentiert? Die Azteken hielten ihre Macht durch ein starkes Militär und ihre Allianzen mit den eroberten Stadtstaaten aufrecht. Im 15. Jahrhundert bauten sie ihr Reich weiter aus, indem sie neue Gebiete eroberten und Rebellionen unterdrückten. Schließlich gehörten 50 Stadtstaaten zu ihrem Reich. Die Stadtstaaten an den Grenzen des Reiches besaßen Außenposten, um feindliche Angriffe abzuwehren. Die Bürger jedes eroberten Stadtstaates mussten sich dazu verpflichten, dem Kaiser die Treue zu schwören, Tributabgaben in Form von Waren oder Dienstleistungen zu zahlen, den Gott Huizilopochtli zu verehren. Die Azteken versuchten nicht, die eroberten Gesellschaften umzugestalten. Der besiegte Herrscher war weiterhin für die lokalen Gesetze und die Regierung verantwortlich und die Menschen lebten weiterhin nach ihren Sitten und Überzeugungen. Blumenkriege Wenn keine formellen Kriege ausgetragen wurden, forderten die Azteken und ihre Verbündeten die Herrscher anderer Gebiete zu kämpfen heraus, die als Blumenkriege bekannt waren. Bei diesen Kämpfen konnten junge Krieger trainieren, ihre Fähigkeiten verbessern und Gefangene als Opfer für die Götter nehmen. Obwohl sie sich nicht offiziell im Krieg befanden, nahmen die Krieger diese Kämpfe sehr ernst und es gab Gefangene auf beiden Seiten. Welche politischen Strukturen entwickelten sich im Aztekenreich? Die wichtigsten Personen für die Regierung des Reiches waren die Adligen oder Pipiltin, Pipiltin. Der Kaiser war der ranghöchste Adlige und hatte die größte Macht. Der Leiter für innere Angelegenheiten war der engste Vertraute des Kaisers und sein Stellvertreter. Die Tlatok, Tlatiohaquai, regierten die großen Dörfer und Städte im Reich. Die Tlatok und die Tlatok stellten sicher, dass alle Dokumente der alte Petel korrekt waren. Sie verwalteten die Märkte, sowie die Gold- und Silberminen und die Obsidian-Steinbrüche. Sie hatten Autorität über lokale Rechtsangelegenheiten und besaßen den Rang eines Generals bei den Kriegern. Sie gehörten außerdem zu der Gruppe von Beratern eines Ältestenrates, der den Nachfolger bestimmen würde, wenn ein Kaiser starb. Auch die Priester waren wichtige Ratgeber des Kaisers. Sie studierten den religiösen Kalender, um die guten Tage für bestimmte Unternehmungen, wie Krieg oder religiöse Zeremonien zu bestimmen. Der Obsidian – ein dunkles Naturglas, das bei der Abkühlung von Lava entsteht und zu besonders scharfen Messern verarbeitet werden kann. Reflektiere und beantworte Erster liste die Eigenschaften von Itzkodl auf, die ihn zu einem begehrten Anführer machen. Sind diese Eigenschaften nützlich, um ein effektiver Führer in Kanada zu sein? Zweiter während der Herrschaft von Itzkodl wurden die Krieger zu einer elitären Gruppe der Gesellschaft. Was sagt das über das Weltbild der Azteken aus? Dritter Die Azteken waren davon überzeugt, nur als Nachkommen der Toltec den Respekt ihrer Nachbarn zu gewinnen. Warum glaubten sie das? Vierter Welchen Wandel haben die Azteken von einem wandernden Volk, das von den meisten Menschen, denen es begegnet ist, verpönt wurde, zu der mächtigsten Gesellschaft im Tal von Mexiko vollzogen? Fünfter Das Leben der Azteken war geprägt von einer Kriegskultur. Ihr Ziel war die Herrschaft über das Tal von Mexiko. Wie wirkt sich Kriegskultur auf das Weltbild einer Gesellschaft aus? Sechster Was waren mögliche Gründe dafür, dass die Azteken den eroberten Stadtstaaten erlaubten, ihre eigenen gesellschaftlichen Normen und Bräuche zu behalten? Erkläre Wie wurde die spanische Monarchie so mächtig? Während die Azteken ihr Reich erschufen, bestritten die Spanier die letzten 100 Jahre ihrer Reconquista. 1479, gegen Ende der Reconquista, fand die Hochzeit von König Ferdinand und Königin Isabella statt. Sie strebten größere Macht für die Monarchie an. Während ihrer Herrschaft nahm die Macht der Krone zu und die Macht der Gottes oder Parlamente ab. Aufstieg zur Macht Als Ferdinand und Isabella an die Spitze der Monarchie traten, waren sie dazu entschlossen, so viel Macht zu erlangen, um Spanien nach ihren Vorstellungen regieren zu können. Um das zu verwirklichen, zentralisierten sie die Regierung unter ihrer Kontrolle. Schufen sie eine neue Regierungsbürokratie. Führten sie neue Steuern ein. Übernahmen sie die Kontrolle über die römisch-katholische Kirche in Spanien Führten sie die spanische Inquisition ein. Verboten sie jeden Glauben, außer dem römisch-katholischen. Einschränkung der Macht des Adels Die Kottes waren im 8. Jahrhundert eingerichtet worden, um die Macht der Monarchen unter Kontrolle zu halten. Die Kottes kontrollierten die Staatskasse, sodass König oder Königin deren Zustimmung für große Ausgaben benötigten. Mit der Zeit wurden die Mitglieder der Kottes, meist Adlige, sehr mächtig. Ferdinand und Isabella Verringerten die Macht des Adels, indem sie mehr Männer aus bescheideneren Verhältnissen und weniger Adlige in die Kottes beriefen. Erlaubten den Adligen an Parlamentssitzungen teilzunehmen, aber nicht zu wählen. Reorganisierten die wichtigsten Finanz- und Justizinstitutionen, sodass die Monarchie mehr Kontrolle erhielt. Zentralisierten die Befugnisse der Regierung unter einem Staatsrat, einem Rat der Finanzen und einem Rat für Justiz. Obwohl Ferdinand und Isabella die Macht des Adels einschränkten, wussten sie doch, dass sie die Unterstützung des Adels brauchten. Um ihren Verlust an politischer Macht zu kompensieren, versprachen Ferdinand und Isabella dem Adel große Ländereien, für die keine Steuern gezahlt werden mussten. Nachdem die von den Mauren kontrollierten Gebiete zurückerobert worden waren, wurden sie an eine kleine Zahl königstreuer Adelsfamilien verteilt. In dieser Zeit wurde die Kaufmannsklasse in den Städten einflussreicher, war aber nicht so mächtig wie die Kaufmannsklassen in anderen Teilen Europas, ZB in Italien oder in den Niederlanden. Ferdinand und Isabella erlangten die Unterstützung der Kaufleute und Stadtbewohner, indem sie Änderungen an den Finanzinstituten vornahmen, die ihre Geschäftsaktivitäten erleichterten und indem sie ihnen Schutz gewährten. Als sie sich ihrer Unterstützung sicher waren, sandten Ferdinand und Isabella eigene Vertreter in die Städte, um sie zu verwalten und Steuern einzutreiben. Dadurch, dass diese lokalen Beamten direkt der Monarchie unterstellt waren, wurde verhindert, dass die Städte zu unabhängig und mächtig wurden. Da der Adel von der Steuerzahlung befreit war, mussten die Kaufleute sehr hohe Steuern zahlen. Kontrolle über die Kirche Die römisch-katholische Kirche von Spanien war völlig unabhängig und hatte großen Einfluss auf die Menschen. Für die vollständige Regierungskontrolle über Spanien mussten Ferdinand und Isabella also die Kontrolle über die Kirche erlangen. Um das zu verwirklichen, mussten sie wichtige Kirchenpositionen mit Personen ihrer Wahl besetzen. Diese Wahl traf aber normalerweise der Papst. 1486 übertrug Papst in Osang VIII das Recht an Ferdinand und Isabella, Kirchenpositionen mit Personen ihrer Wahl zu besetzen. Sie erhielten diese Macht in Spanien und später auch in den Kolonien. Diese Macht war nur sehr selten von der römisch-katholischen Kirche abgetreten worden. Als Gegenleistung setzten Ferdinand und Isabella die spanische Inquisition ein. Katholische Herrscher bei der Rechtspflege Ölgemälde von Victor Manzano Y. Majorada 1860 Kirchengerichte konnten darüber urteilen, ob eine Person die Regeln und Überzeugungen der römisch-katholischen Kirche treu befolgte. Innenpolitische Themen Die neue Monarchie konnte viele der politischen, juristischen und wirtschaftlichen Institutionen verändern. Dennoch gab es weiterhin viele Probleme. Spanien war immer noch eine hierarchische Gesellschaft. Das Leben der einfachen Bürger änderte sich nur gering. Der Großteil des Landes lag weiterhin in der Hand einer kleinen Prozentzahl der Bevölkerung. Landbesitzer brauchten keine Steuern zu bezahlen. Die kleine Klasse der Kaufleute erhielt zwar mehr Macht, musste aber auch hohe Steuern zahlen. Die Kaufleute ärgerten sich über die Tatsache, dass weder die Kirche noch der Adel Steuern zahlen mussten. Eine starke Kaufmannsklasse hat sich erst in jüngster Zeit entwickelt. Der Adel war sich zu fein zum Arbeiten und sah auf jede Art von körperlicher Arbeit herab. Kastilien und Aragon blieben zwei verschiedene Königreiche mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Die Spanier bauen ein Imperium. Obwohl König Ferdinand und Königin Isabella weiterhin mit vielen innenpolitischen Problemen zu kämpfen hatten, gaben ihnen die Veränderungen, die sie eingeleitet hatten, größere Macht und bessere Ressourcen für eine Politik der Erforschung und Entdeckung. Vor den Reisen von Kolumbus waren die Kanarischen Inseln die einzige Kolonie, die Spanien besaß. 1492 überzeugte Kolumbus die beiden Monarchen davon, seine Entdeckungsreise zu unterstützen. Diese Entscheidung machte Spanien zum mächtigsten und reichsten Land Europas im 16. Jahrhundert. Mitte 1500 kontrollierte Spanien große Teile von der Karibik und von Amerika, sowie Teile von Asien und Afrika. Reflektiere und beantworte. Erster. Die spanische Monarchie schränkte die Macht ihrer Bürger ein. Welche Auswirkung hat die Machteinschränkung auf das Weltbild der Bürger einer Gesellschaft? Zweiter. Wie unterscheiden sich die Weltbilder von Adel- und Kaufmannsklasse? Dritter. Welche Rollen und Verantwortlichkeiten haben König und Königin im heutigen Spanien? Liste sie in einer grafischen Darstellung auf. Zeige, ob sie noch die gleiche Macht über das spanische Volk haben, wie Ferdinand und Isabella. Gleiche Zeit, anderer Ort. Andere Imperien 1400 bis 1500. Die Azteken herrschten über ein großes Reich. Zur gleichen Zeit blühten aber auch andere Gesellschaften, wie die Inkas in Peru, die Ottomanen in der Türkei oder die Ming-Dynastie in China auf, und herrschten über große Imperien. Die Inkas. Das Inka-Reich ersteckte sich vom Pazifik bis zum Atlantik und von Ecuador bis nach Chile. 1438 bis 1532 erreichte das Reich seine Blütezeit. Die Hauptstadt hieß Kutzko und besaß prächtige Bauwerke, wie Paläste und Tempelpyramiden. Die Stadt hatte seine eigene Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Während die Azteken für ihre schriftlichen Aufzeichnungen Kodizes verwendeten, nutzten die Inkas ein System von Knotenschnüren. Das Inka-Reich zerbrach 1532, als der Spanier Francisco Pizarro die Armeen der Inkas besiegte. Die Ottomanen. Das Reich der Ottomanen erstreckte sich von Algerien bis Arabien und von Ägypten bis Ungarn. Nachdem die Ottomanen Konstantinopel während der Zeit der europäischen Kreuzzüge zurückerobert hatten, bauten sie die Stadt wieder auf und machten sie zu ihrer Hauptstadt Istanbul. Die islamische Kultur der Ottomanen wurde für ihre wunderbare Architektur und ihre hohe Gelehrtheit respektiert. Die Blütezeit dieses Reiches dauerte ungefähr 200 Jahre von der Mitte des 14. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert. Das Reich bestand bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert und hat sich in die heutige Türkei weiterentwickelt. Die Ming-Dynastie. Die Ming-Dynastie beherrschte China fast 300 Jahre lang, 1368 minus 1644. Bis 1368 war China für hunderte von Jahren von den Mongolen besetzt und beherrscht worden. Angeführt von dem Bauer zu Yuanzhang lehnten sich die Chinesen schließlich auf, verdrängten die Mongolen im Jahr 1368 und errichteten die Ming-Dynastie. Der neue Kaiser nannte sich Ming-Hongwu. Während seiner Herrschaft verbesserten sich die Bedingungen für die chinesischen Bürger. Die Hauptstadt der Ming-Dynastie wurde in Peking gegründet. Welche Aspekte des Weltbildes werden In Schöpfungsgeschichten reflektiert? Die meisten Gesellschaften haben Schöpfungs- oder Entstehungsgeschichten, die die Entstehung der Welt und der Menschen erklären. Sie helfen oft dabei, die religiösen Überzeugungen und Sitten einer bestimmten Gesellschaft besser zu verstehen. Einige Geschichten helfen auch dabei, natürliche Phänomene oder die Werte und Moral einer Gesellschaft zu erklären. Solche Geschichten wurden ursprünglich durch die mündliche Tradition des Geschichtenerzählens überliefert und wurden oft in Kunst und Skulptur dargestellt. Die Azteken glaubten, dass die Götter die Welt viermal erschaffen und zerstört haben. Die vier Vernichtungen der Erde wurden durch den Tod der Sonne verursacht. Nach der vierten Zerstörung trafen sich die Götter in Teotihuacan, um die fünfte Welt zu erschaffen. Die Azteken glaubten, dass sie in dieser fünften Welt, genannt die fünfte Sonne, lebten und dass es ihre Aufgabe sei, die Sonne am Leben zu erhalten, um die Erde und die Menschen vor einem weiteren Untergang zu bewahren. Schöpfungsgeschichten der Azteken Wie die Erde erschaffen wurde Die Schöpfungsgeschichten über die fünfte Sonne variieren stark, wie es bei der mündlichen Tradition des Geschichtenerzählens oft der Fall ist. In einer Version wird der alte Glaube erklärt, dass die Erde eine flache, von Wasser umgebene Scheibe sei. Über dem Wasser gab es 13 Schichten Himmel und unter dem Wasser 9 Schichten unter Welt. Die Erde war in vier Viertel aufgeteilt, den Norden, den Osten, den Süden und den Westen. Jedes Viertel stand mit vier Schöpfergöttern aus den ersten vier Welten in Verbindung. Die Götter lebten in den Schichten und konnten die Erde in verschiedenen Gestalten betreten. Der Hauptgott Ometiotel, Omaitea Yotel, hatte vier Söhne. Die zwei wichtigeren Söhne waren Quetzalkoatel, der sanfte Gott und Freund der Menschen und Tetzkatlipoca, ein allmächtiges Wesen und Gott der Finsternis und Zauberei. Nach der vierten Zerstörung war der Himmel auf die Erde gefallen, sodass Quetzalkoatel und Tetzkatlipoca sie wieder trennen mussten. Damit Himmel und Erde getrennt werden konnten, bedeckte sich die Erdengöttin mit einem schnappenden Monster. Die beiden Brüder verwandelten sich den alten Erzählungen zufolge in große Schlangen, packten das Erdmonster an beiden Enden und brachen es in zwei. Sie hoben den halben Körper des Monsters empor, damit er zum Himmel werden konnte und trennten dadurch Himmel und Erde. Nach der Trennung von Erde und Himmel wurden zwei geringere Götter ausgewählt, Sonne und Mond zu werden. Sie wurden gebeten, in ein glühendes Feuer zu springen. Der eine Gott zögerte und brauchte mehrere Anläufe, um in das Feuer zu springen. Der andere sprang direkt beim ersten Versuch und wurde zur Sonne bestimmt. Der erste Gott wurde zum Mond. Da die Sonne aber nicht in der Lage war, über den Himmel zu wandern, opferten sich noch weitere Götter, indem sie sich ins Feuer warfen. Nach ihrer Wiedergeburt im Himmel halfen sie der Sonne bei ihrer täglichen Reise. Wie die Menschen erschaffen wurden Eine Geschichte erzählt von der Überzeugung der Azteken, das Aus Den Gebeinen ihrer Vorfahren und dem Blut der Götter die ersten Menschen der fünften Welt erschaffen wurden. Der Gott Quetzalcoatl ging in die Unterwelt, um die Gebeine von Menschen aus vergangenen Generationen, die in den ersten vier Welten gelebt hatten, einzusammeln. Als er auf seiner Flucht vor dem Gott der Unterwelt auf die Oberfläche zurückkehrte, fiel er hin und ließ die Knochen fallen. Die Knochen zerbrachen in verschieden große Stücke. Er bespritzte die Teile mit seinem Blut und sie verwandelten sich in Menschen. Weil die Knochen unterschiedlich groß waren, hatten auch die Menschen verschiedene Größen. Beim Studium der traditionellen Geschichten von Kulturen wie den Azteken können wir mehr über ihre Überzeugungen lernen und dadurch ein besseres Verständnis über die Gründe für ihr Verhalten erlangen. Die Geschichten der Azteken bestätigen ihren Glauben an eine Form von Opfer, damit die Sonne scheinen und die Welt im Gleichgewicht existieren kann. Diese Überzeugung wurde ein wichtiger Teil ihres Weltbildes und war Grund für die Menschenopfer. Die Azteken glaubten, dass Menschenblut das kostbarste Geschenk war, das sie den Göttern bieten konnten. Sie glaubten, dass die Götter mit Opfern, die zu ihren Ehren gemacht wurden, zufrieden waren und dass sie durch das Blut der Opfer ernährt wurden. Für die Azteken waren Krieger, die den Göttern geopfert wurden, große Helden. Götter und Menschen trugen gemeinsam dazu bei, dass das Gleichgewicht des Universums der fünften Sonne erhalten blieb. Quetzalcoatl, der Aztekengott über Leben und Tod, aus dem Florentine-Kodex. Von den Kriegern der Azteken wurde erwartet, dass sie Gefangene nahmen, die dann den Göttern geopfert werden konnten. Das Töten der Feinde war also nicht Ziel des Kampfes. Die respektiertesten Soldaten waren diejenigen, die vier oder mehr Feinde gefangen nahmen. Reflektiere und beantworte Erster diskutiert in der Gruppe folgende Fragen. A. Welche Schöpfungsgeschichten kennst du? B. Wählt eine oder zwei Geschichten aus? Was teilen euch diese? Schöpfungsgeschichten über die wichtigen kulturellen oder religiösen Überzeugungen der Gesellschaften mit? Zweiter wie erläutern die Schöpfungsgeschichten der Azteken das Weltbild, in dem Menschenopfer eine wichtige Praxis sind? Kapitel Ende Schlussfolgerung Die Weltbilder der Azteken und der Spanier waren durch geografische Gegebenheiten, Kontakt zu anderen Gesellschaften und den Ideen und Kenntnissen ihrer Zeit beeinflusst Die Azteken Durchlebten auf ihrer langen Migration zwei Jahrhunderte voller Mühe und Not Ließen sich nach ihrer langen schwierigen Migration auf einer Insel inmitten eines Sees nieder Bauten trotz der Einschränkungen ihrer Umwelt eine der schönsten Städte von Mesoamerika Nutzten die Ideen und Kenntnisse anderer Gesellschaften, um ihre eigene Kultur und ihren Glauben zu entwickeln Entwickelten sich von einer kleinen Gruppe Halbnomaden zur mächtigsten Gesellschaft im Tal von Mexiko Verließen sich auf den Rat und die Weisung von Priestern Glaubten an viele Götter Vereinten ihr Land durch eine Dreierallianz Wurden um 1500 zum mächtigsten Stadtstaat von Mesoamerika Die Spanier Erlebten und überstanden jahrhundertelange Invasion und Kolonisierung auf der iberischen Halbinsel Kämpften über 700 Jahre lang in Kriegen für die Reconquista Nahmen das Erbe der Mauren in ihre eigene Kultur auf Legten den Grundstein für ein geeintes Königreich durch die Heirat von Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon Wurden im 16. Jahrhundert zu einer der mächtigsten europäischen Nationen Unterstützten die Erforschung der neuen Welt Glaubten an einen Gott Verließen sich auf den Rat ihrer Priester Die neuen Monarchen errangen die Kontrolle über die politischen Institutionen des Landes und machten Spanien zum mächtigsten Land der Welt Die geografische Lage Spaniens wurde zum Anreiz für die Erforschung und die Expansion nach Westen Wiederhole und fasse zusammen Erster Stelle eine Zeittafel her, die die Geschichte der Azteken und der Spanier zeigt Schreibe die Schlüsselereignisse der Azteken oben auf die Zeitleiste und die der Spanier unten Markiere die Ereignisse, in denen ein Kontakt mit anderen Gesellschaften stattgefunden hat Zweiter Sowohl die Azteken als auch die Spanier waren starke Gesellschaften Schreibe Art und Umfang der Macht von beiden auf Mach eine Vorhersage darüber, was passieren würde, wenn sich die beiden begegnen Dritter Stelle zwei Landkarten her, eine von Spanien und eine vom Reich der Azteken Trage auf beiden Karten die geografischen Schlüsselmerkmale ein, die einen Einfluss auf ihre jeweiligen Weltbilder hatten Nachforschung Vierter Finde eine Schöpfungsgeschichte von einer anderen Gesellschaft und bereite dich darauf vor, sie deiner Gruppe mündlich mitzuteilen Denk darüber nach, wo du Schöpfungsgeschichten finden kannst, in der Bücherei, im Internet, von Ältesten in deiner Gemeinde oder anderen Orten Wenn ihr alle Schöpfungsgeschichten der Gruppe gehört habt, diskutiert, welche Ähnlichkeiten es gibt Zeige, was du weißt Fünfter Beschreibe, wie die Geografie das Weltbild der Azteken und der Spanier beeinflusst hat Was war gleich? Was war verschieden? Sechster Azteken und Spanier waren jeweils von anderen Gesellschaften beeinflusst worden Identifiziere die Gesellschaften, die den größten Einfluss ausgeübt haben und erkläre die Auswirkungen Siebter Stelle eine Tabelle her oder benutze eine grafische Darstellung, um die Ähnlichkeiten der Weltbilder von Azteken und Spaniern zu zeigen Abschluss Achten Teile Schau dir die Zeittafeln mit all den Ereignissen noch einmal an und beachte, was den Azteken und Spaniern an bestimmten Zeitpunkten widerfahren ist Besprecht euch und macht Vorhersagen darüber, was passieren würde, wenn sich die beiden begegnen Neunter Diskutiere Gibt es Beispiele von heute, dass Gesellschaften an eine Kultur des Krieges glauben? Wie würde eine Gesellschaft sein, wenn sie an eine Kultur des Friedens glaubt? Zehnter Reflektiere Verbringe ein paar Minuten in persönlicher Reflexion Denk an die verschiedenen Kulturen, die dein Weltbild beeinflusst haben Auch die Azteken und die Spanier wurden über die Zeit von verschiedenen anderen Kulturen beeinflusst Vielleicht gehörst du ja zu den Kanadieren, in deren Familien mehr als eine Kultur vertreten ist Vielleicht wohnst du in einer Gemeinde, wo es viele neue Immigranten mit unterschiedlichen Kulturen gibt Was hast du von den Menschen anderer Kulturen, denen du in deinem Leben begegnet bist, gelernt?